herzlich willkommen zurück zu world of tanks replays ich wollte man 67 habe heute ein replay mit von meinem m 48 petten 10er medium der amerikaner so geiles gerät guter sniper wir sind auf der karte minsk immer ein 10er match und wir springen jetzt mal hinein so vor lauter bäumen sehen wir gar nichts entschieden erst mal zur einzellinie zu fahren so schöne medium linie den panzer hatte ich vor ein paar monaten schon mal genauer vorgestellt in einem replay ach schade okay ob wir kam jetzt mal nicht ruhig stb das taucht gerade ab schade schade die amix ist dahinter da haben wir schon zeit verloren so im spiel bisschen gehakelt gehabt so nehmen wir mal kette wir führen bisher 1 zu 0 aber keinen einzigen schaden gemacht ein bächer 25 tonnen müssen aufpassen autoloader franzosen kann hässliche löcher machen eine panzer um warum uns so so der truppe hat das hier oben gut geregelt wie es ausschaut das ist ein vorbild neben uns sein das sind was da leute das werden wir mal durch den ignorieren wir den nehmen wir so raus ersten schaden gemacht aber nicht hier ja mit der grille schöner treffer raus genau so weiter geht's wo noch mal ein bisschen platz hier da ist die Badjet-Arty Badjet-Arty ist auch raus Schritt 8 zu 3 Push ist hier geglückt kommen wir da irgendwie drauf da haben wir einen jawohl guter Sniperpanzer ich mag ihn ich habe hier vier Mädels drauf die hören sich alle an wie solche kleinen Pornodarstellerinnen Judy Winter und sowas Snowfrost wie sie alle heißen vielleicht sind es auch nur Playboy Bunnies von hinten na schön in der V1 mitgegeben kommen wir nicht drauf ausgrüßt habe ich den Panzer mit dem Stabi Ansetzer und Optik manche nehmen wir statt des Ansatzers lieber die Lüftung rein aber das muss jeder selber wissen steht 12 zu 4 das Gefecht sollte gelaufen sein wir haben noch nicht viel Schaden gemacht knapp 1200 wenn es hochkommt jetzt gehen wir ihm auf eine Schelle hier der Typ viel schwer da oben noch ein IS zum Knusspannen wieder abgeprallt er fängt sich den Schuss ok so dann gehen wir eins mit bei 2000 Schaden das ist er raus das ist er raus ging schnell das Spiel nicht mal 5 Minuten 4 Minuten 59 waren es da war das Spiel vorbei so da kriegt so der Klasse war das kleines Giraffe wirkungsfeuer Unterstützer Medaille so vom Schaden her sind wir sehr gut aufgestellt auf dem 4. Platz können wir nicht meckern und da das ja wie wir hier sehen das erste Gefecht war haben wir hier sogar noch Plus gemacht statt Verlust ja sagt M48 Patton kann ich empfehlen mir macht das Ding sauviel Spaß könnt ihr schreiben was ihr von dem Panzer haltet schreibt in die Kommentare und bis dann euer Tempo 760 Ciao schreibt in die Kommentare schreibt in die Kommentare Vielen Dank.